Am 6. April 1979 fahren zwei Ingenieure durch einen abgelegenen Tunnel in der Nähe des Flughafens von Subang. Auf der rechten Fahrspur sehen sie einen Fiat, der dort scheinbar abgestellt worden ist. Als sie anhalten, um nachzusehen, ob es ein Problem gibt, machen sie eine fürchterliche Entdeckung. Bitte lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. In dem weißen Fiat befindet sich Jin Pereira Sinapa, eine 31-jährige malaysische Schönheitskönigin. Sie ist tot. Ihr Körper weist mehrere Stichverletzungen auf. Die beiden Ingenieure benachrichtigen sofort die Polizei. Die dann bei ihrem Eintreffen, einige Meter neben dem Fiat, auch noch einen Mann auffinden, der mit dem Gesicht nach unten auf der Straße liegt. Wie sich herausstellt, lebt der Mann noch. Es handelt sich um den 37-jährigen Kati Gesu Sivapakiam, Jins Schwager, der Psychologiedozent an der Hochschule ist, an der Pereira auf Lehramt studiert hat. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er nur relativ leichte Verletzungen hat. Einige Tage später kann er eine Aussage machen und gibt an, er habe das Auto im Tunnel angehalten, weil er zur Toilette musste. Als er dann am Fahrbahnrand stand, habe ihn jemand mit einem schweren Objekt von hinten niedergeschlagen. Deswegen habe er von den weiteren Vorgängen nichts mehr mitbekommen. Entgegen seinen Angaben, dass er von hinten geschlagen wurde, weist er keinerlei Kopfverletzungen auf. Jins Pereira hingegen hat zehn Stichverletzungen im Schulter- und Bauchbereich, sowie Schnittverletzungen an der Hand. Sie ist noch auf dem Beifahrersitz angeschnallt, als die Ingenieure sie finden. Die Tatwaffe wird nie gefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass Pereiras Todeszeitpunkt zwischen halb zwölf und Mitternacht am Vorabend liegt. Katy Gesu gilt sofort als Hauptverdächtiger in dem Fall. Am 26. April 1979 wird er festgenommen und des Mordes an seiner Schwägerin angeklagt. Die 1948 geborene Jins Pereira Sinapa war verheiratet mit Siva Pakiam Sinapa, dem Bruder von Katy Gesu Siva Pakiam. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Pereira tritt während ihres Studiums mehrfach bei Schönheitswettbewerben an und gewinnt dabei zahlreiche Titel. Unter anderem den zweiten Platz bei der Miss Malaysia-Wahl, wodurch sie zumindest regional einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad erhält. Nach ihrem Studium ist sie als Lehrerin tätig. In der Silvesternacht 1978 stirbt Sinapa Siva Pakiam bei einem Verkehrsunfall. Pereira ist mit ihrem Mann im Auto, wird bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert und überlebt leicht verletzt. Nach dem Unglück zieht sie mit ihren drei Kindern ins Haus ihrer Schwiegermutter, wo auch Katy Gesu wohnt. Offenbar beginnen die beiden sehr schnell eine Beziehung miteinander. Am Abend der Tat gehen die beiden in Kuala Lumpur zusammen aus. Die beiden haben bereits für die folgende Woche ihre Hochzeit geplant. Der Mord an Pereira geschieht nur drei Monate nach dem tragischen Tod ihres Mannes. Was also hätte ein mögliches Motiv für ihren Schwager sein können, sie umzubringen? Die Polizei findet bei der Durchsuchung des Hauses eine ganze Menge Liebesbriefe zwischen Jin Pereira und Narada Varnasuya, einem Arzt aus Sri Lanka. Die beiden haben sich 1978 auf einer Veranstaltung kennengelernt, als der Arzt in Malaysia zu Besuch war. Das heißt, die beiden haben ihr Verhältnis bereits begonnen, als Pereiras Mann noch am Leben war. In einem der Briefe schreibt Dr. Narada sogar, dass er Jin Pereira heiraten möchte. Die Polizei mutmaßt, dass Katy Gesu die Briefe gefunden haben muss und deswegen eifersüchtig gewesen sei. Außerdem hätte er seinen Bruder, der ja auch von Pereira hintergangen worden sei, rächen wollen. Ein Freund des Schwagers, Vandulanda, sagt vor Gericht aus, dass der Angeklagte kurz vor Pereiras Tod zu ihm gesagt hätte, dass die Frau es nicht verdienen würde, zu leben. Diese Aussage erhärtet den Verdacht gegen Katy Gesu weiter. Weiterhin konnten keinerlei Spuren festgestellt werden, die bestätigen, dass er, so wie er behauptet, am Straßenrand zur Toilette gegangen ist. Laut den Angaben des Krankenhauses weist er keine Spuren eines Überfalls auf, obwohl die Polizei ihn zunächst für nicht ansprechbar und schwer verletzt hält. Auf der anderen Seite hat er keinerlei Blutspritzer an seiner Kleidung. Und auch die Tatwaffe wird nicht am Tatort gefunden. Außerdem beteuert er die ganze Zeit seine Unschuld. Narada Varna Surya, der Arzt aus Sri Lanka, der nach einigen Anstrengungen von der Polizei vor Ort ermittelt werden kann, lehnt es übrigens ab, nach Malaysia zu reisen, um vor Gericht auszusagen. Er behauptet, dass er ohnehin keinerlei Informationen habe, die zur Klärung des Falles beitragen könnten. Nach einem 38-tägigen Prozess wird Katy Gesu zum Tod verurteilt. Nachdem er bereits zwei Jahre im Gefängnis gesessen hat, zieht Bandu Landa plötzlich die Aussage zurück, die er vor Gericht gemacht hat. Der Verurteilte hätte nie etwas dahingehend gesagt, dass Pereira es nicht verdienen würde, zu leben. Da nun die wichtigste Zeugenaussage fehlt, wird die Anklage gegen Katy Gesu aus Mangel an Beweisen zurückgenommen. Nach über zwei Jahren wird er aus dem Gefängnis entlassen. Bandu Landa hingegen wird wegen seiner falschen Aussage zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nur zwei Jahre später stirbt er im Gefängnis. Bis heute gibt es allerdings Zweifel an einer freiwilligen Rücknahme der Aussage seitens Bandu Landa. Möglicherweise ist er von jemandem erpresst worden, der Katy Gesu aus dem Gefängnis holen wollte. Was aber ist nun im Fall Jin Pereira Sinapa tatsächlich geschehen? Falls Katy Gesu tatsächlich für Pereiras Tod verantwortlich sein sollte, hat er nach der Tat seine Kleidung gewechselt? Wo ist dann die Kleidung, die er bei der Tat anhatte? Und wo ist die Tatwaffe? Oder ist eine andere Person oder eine Personengruppe in die Tat verwickelt gewesen? Einer weiteren Zeugenaussage eines Mannes zufolge, der gegen Mitternacht, also etwa zur Tatzeit, durch den Tunnel gefahren ist, sollen dort zwei Fahrzeuge nebeneinander geparkt haben und drei Männer mit Taschenlampen hätten daneben gestanden. Ob Katy Gesu einer der Männer war, kann er nicht sagen. Also waren es entweder drei Fremde oder Katy Gesu und zwei weitere, möglicherweise Fremde, möglicherweise aber auch ihm bekannte Personen. Diese Aussage wird aber im Originalprozess nicht allzu viel Beachtung geschenkt. Vielleicht, weil sie nicht ganz zur Theorie mit Katy Gesu als Haupttäter passt. Wenn sie allerdings der Wahrheit entspricht, wäre es gut möglich, dass eine andere Person der Täter ist. Aber wie könnten drei Männer mit Taschenlampen und einem weiteren Fahrzeug ins Bild passen? Katy Gesu sagt, er wäre von hinten attackiert worden. Ein anderes Fahrzeug hätte er mit Sicherheit kommen hören. Und gesehen. Von daher wäre es eher wahrscheinlich, dass sein Angreifer bereits vor ihrem Eintreffen im Tunnel versteckt war und erst später von Komplizen abgeholt worden ist. Und was ist mit Pereira? Falls Katy Gesu wirklich im Tunnel angegriffen worden ist, hat Pereira davon im Auto nichts gehört? Sie war ja noch auf dem Sitz angeschnallt, hatte also offenbar nicht vor, aus dem Auto zu steigen, um nachzusehen, was los ist. Laut den Untersuchungen werden im Fahrzeug keine Hinweise auf den oder die Täter gefunden. Eine persönlich motivierte Tat könnte man ja in dem Fall ausschließen. Denn wer hätte wissen können, dass Katy Gesu gerade dort anhält, um zur Toilette zu gehen? Oder wurden die beiden vielleicht verfolgt und das Auto bewusst im Tunnel gestoppt? Wenn ja, kann Katy Gesu sich daran möglicherweise nicht mehr erinnern, obwohl keine Kopfverletzungen bei ihm festgestellt worden sind? Oder erzählt er die Geschichte vielleicht bewusst anders? Ist er Zeuge der Tat geworden und behauptet nur, niedergeschlagen worden zu sein, da er den Mord nicht verhindern konnte? Warum aber hätten der oder die Täter ihn in diesem Fall unverletzt gelassen? Falls wirklich weitere Männer im Tunnel waren, könnten es natürlich auch Komplizen von Katy Gesu gewesen sein, mit denen er die Tat abgesprochen hat. Aber es wäre auch sehr riskant gewesen, weitere Personen, die gegen ihn hätten aussagen können, zu involvieren. Sollte dies allerdings der Fall sein, wussten die anderen natürlich im Voraus, dass Katy Gesu im Tunnel anhalten wird. Die Polizei jedenfalls kann keine weiteren Hinweise oder Verdächtigen in dem Fall finden und er gilt heute, über 40 Jahre später, immer noch als unaufgeklärt. Katy Gesu wohnt nach seiner Freilassung weiter im Raum Klang. Er heiratet und wird mehrfacher Vater. Was haltet ihr von dem Fall? Denkt ihr, Pereras Schwager war darin verwickelt? Oder haltet ihr es für wahrscheinlicher, dass der Täter ein Fremder gewesen ist? Lasst gerne einen Kommentar da. Vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Danke fürs Anschauen und bis gleich! Danke fürs Zuschauen und bis gleich!